Hallo ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zur Gewinnspielauslosung des Streams vom 25. August 2016, dem Release-Stream von Master of Orion Conquer the Stars. Wir haben ja dreimal die Klassiker verlost und haben dafür jeweils eine Frage gestellt gehabt und das erste Paket Klassiker geht an Monsieur Karma, der erraten hatte, welche Rasse wir als letztes treffen und das waren die Bulrathi. Da lag er als einziger richtig. Die zweite Frage war, welche Rasse hat als allererstes fünf Planeten und da gab es eigentlich zwei Leute, die das richtig erraten haben, aber einer trat direkt zurück, sodass Shugenia da ebenfalls als alleiniger Gewinner für das zweite Gewinnspiel. Ja, sich einmal das Dreierpaket der Klassiker Master of Orion 1, 2 und 3 sichern konnte. Und nun kommen wir zur Auslösung der dritten Frage, die wir leider nicht am Ende klären konnten. Welche Rasse stirbt als allererstes im Universum aus? Und da fällt mir gerade eben auf, dass Daniel Krüger da ja auch nochmal zurückgetreten war, deswegen lösche ich ihn da jetzt nochmal raus. Ähm, da sind alle noch mit dran beteiligt, die überhaupt einen Tipp abgegeben haben, weil, naja, wir konnten aufgrund von, nennen wir es mal technischen Problemen, ähm, keine weitere Rasse auslöschen. Und hier stehen jetzt die Namen derer dran, die, äh, für die, äh, ja, Auslosung sich qualifiziert haben. Und jetzt gucken wir mal, wer als drittes von euch einmal Master of Orion 1, 2 und 3 gewinnen wird. Ich klicke hier drauf. Und es ist Philipp Lünx! Ich gratuliere dir, hier oben steht es, Philipp Lünx hat einmal die Klassiker gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Aber, wir sind noch nicht am Ende, denn, wir haben jetzt noch einmal, naja, den Hauptpreis im Grunde zu verlosen. Und da machen nochmal alle mit, die, äh, überhaupt an allen Gewinnspielen teilgenommen haben. Einmal Master of Orion Conquered the Stars in der Standard-Edition. Und damit stehen jetzt alle mit drin. Da hat Daniel Krüger keinen Rückzieher gemacht, äh, weswegen er auch, also, was heißt Rückzieher, also, ist nicht zurückgetreten. Ähm, wird also auch an dieser Verlosung teilnehmen. Und genauso wie eben, drücke ich jetzt, Trommelwirbel, auf diesen Knopf und wir wissen, wer von euch das Spiel gewonnen hat. Es ist oberst Bricky! Ich gratuliere dir! Ja, ein alter, treuer Zuschauer. Ich hoffe, du freust dich! Ich hoffe, ihr freut euch alle über die Gewinne. Und, ähm, ich wünsche euch allen viel Spaß damit. Und ich, ähm, kann euch jetzt schon sagen, wir werden in Zukunft... Ich werde definitiv in Zukunft auch jetzt mal den einen oder anderen Stream jetzt mal machen, wo ich im Multiplayer mit euch zusammenspiele. Aber das werde ich entsprechend früh ankündigen, dass ihr mitspielen könnt. Und dann gucken wir mal, wie wir uns da so untereinander schlagen, ne? In dem Sinne, liebe Leute, viel Spaß! Sendet mir jetzt eure Kontaktdaten, im Übrigen. Ne, ihr müsst mich jetzt noch anschreiben. Moment, ich zeig euch mal ganz, ganz schnell, wie man das am besten macht. Und zwar müsst ihr... Ich schieb's jetzt mal grad eben hier rüber. Wups! Da seht ihr jetzt momentan, wie mein Kanal so aussieht, ne? Hier oben, Kanal-Info. Da draufklicken. Und da würde jetzt hier oben... Bei mir ist es jetzt natürlich nicht da. Ich kann mir ja selber keine Nachricht schicken, aber ihr würdet jetzt hier oben sehen, Nachricht senden. Da sendet ihr mir jetzt zu Obers Bricky und Philipp Lynx und auch Shugenia und Monsieur Karma. Ja, an welche Adresse per E-Mail oder einfach direkt per YouTube-Antwort ihr die Codes geschickt haben wollt. In dem Sinne, macht's gut, bis bald, tschüss und ade. Und da ist jetzt noch nicht so. ress. Vielen Dank.